hallo leute nicht spieler charaktere mit dem lasso einfangen und hinter dem pferd herziehen es müssen gegner sein ganz wichtig mit normalen personen könnt ihr das nicht machen also schafft euch gegner egal wo das ist vollkommen wurscht ihr könnt das auf der ganzen karte machen in der ganzen spielewelt ihr müsst nur einen gegner haben ihr müsst auf dem pferd sitzen und ihr müsst den gegner dann mit dem lasso einfangen das ist alles easy peasy und die pferde sehen aus wie zwillinge aber das ist jetzt erstmal egal sie springt drüber das gefällt ihm nicht er wird zum roten punkt auf der karte damit ist er ein gegner damit kann sie ihn dann mit dem lasso anfangen und hinterher schleifen ihr seht die nachricht ist schon aufgekloppt es hat gezählt 750 fuß ist nicht weit aber sie möchte ja ihren spaß haben und das heißt für sie rüber zu den bahngreisen denn irgendwie hat sie so eine kleine aber dass sie das gerne hat wenn er da hinten schreit also irgendwie glaube ich weiß sie wird sich noch so ein paar typen schnappen und die einfach hinter dem pferd her ziehen und die schreie genießen also ich glaube sie ist wohl so ein bisschen so drauf aber warum nicht und jetzt sage ich vorhin haben wir ganz vergessen ein video hochgeladen ein musikvideo das ist als kleines dankeschön und also noch mal